Der neue Sparrow ist alles in allem ganz lustig. Du bekommst ihn nach der ersten Quest von Eva für das Event ins Inventar, ohne dass du's mitbekommst. Die Chancen stehen also ganz gut, dass du ihn schon hast und nix davon weiß. Gut zu wissen ist, die weiße Version haut nach dem Event wieder ab, die Exo-Versionen bleiben. Die kannst du dir entweder übers Evo-Versum kaufen, juhu, oder wenn du unter die Top 10 in einer von den Playlists kommst, freispielen. Am einfachsten geht es wohl über die Strikes. Einfach Immorten, bevor du die Gems finishst und alle Gegner umhauen. Mit dem kleinen Bügelbrett, das du dann bekommst, kannst du dodgen, bursten, springen und tricksen. Am interessantesten ist abgesehen davon aber der Grind. Wenn du auf nem Controller B drückst, fliegst du einfach auf ner hypothetischen Rail auf gleicher Höhe, bis die Energie ausgeht. Kurzum, du kommst verdammt weit mit der Energie. Anders als beim Sparrow braucht's doch der Boost nicht auf, was uns zu ner kleinen Movement-Tag bringt, auf die mich der liebe Ampunate da aufmerksam gemacht hat. Schau mal bei ihm vorbei und lass Liebe da. Wenn er streamt, ist es eigentlich noch meistens interessant. Im Hintergrund siehst du erstmal einen 1 zu 1 Vergleich zum Sparrow. Das Ganze funktioniert, indem du das Boosten und Dodgen zusammendrückst, loslässt und das Ganze abwechselnd nach links und rechts. Du kannst auch Dodges zur gleichen Seite aneinander rein, die haben aber nen längeren Cooldown. Momentan gibt's noch nen kleinen Bug mit den Rails. Namentlich kann die nicht eingesetzt werden, wenn du Ducken auf Umschalten hast oder so'n Bullshit. Bongo sitzt aber schon dran, kann sich also nur noch um Monate und 3 Patches handeln. Das nächste Video zum Titan-Fliegen ist schon eingesprochen, habt ihr gestern aber keinen Bock mehr, das fertig zu machen. Wenn noch keine Lust haben, wird's net gut, also lass doch's lieber. Lass dafür gern noch ein Abo da, kommentier irgendeinen Scheiß für die Interaktion, Filter ist soweit auf das Kanal ausgeschaltet, wir hören uns.